Ist es wieder so, dass wir eine Stunde spielen und dann das Game crasht? Ja, richtig. Genau, genau. Ah, perfekt. Ah ja, geil. Muss die Idee. Ist es wieder so, dass alle auf mich gehen, oder? Ja. Oh, ich geh auf dich auf jeden Fall, Basti. Ja, ist klar, cool. Ey. Oha, Nebel liegt mit TM, Alter. Ja, Trackmania. Das ist mein Trackmania-Account. Einfach Trademarkt. Einfach allgetraglich. Ja, natürlich. Ja, es wird wieder geklaut von irgendjemandem. Ja, Papaplante 2, was soll ich sagen? Harte Zeiten. Antonia RVD. Okay, aber finde ich fresher als Nebel, die TM und Papaplante 2. Ich hab Bock auf Monopoly, Leute. Wirklich. Ihr wisst, dass ihr eh verlieren werdet gegen mich. Das wisst ihr. Nö, tatsächlich nicht. Hat jemand eine Chance hier? Hey, Monopoly ist nur Glück, weil traden macht eh keiner. Nein. Monopoly ist absolut auch Strategy. Nee, weil niemand tradet. Ich gewinne einfach. Okay, da war es mein Fehler, Kevin, dass ich es falsch gedacht habe. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr es noch nicht wusstet, es sind die wunderschönen Zickzack V3 Cosmetics in Das soll auch gleich losgehen, wenn Kevin mitbekommen und das so würfeln muss. Das ist Kevin immer noch auf Dauer im YouTube. Was passiert? Das Game Crashed oder Kevin Würfel zuerst? Ich finde mich mal, alle von euch. Oha. Meinst du das jetzt gerade ernst? 12, zack, easy. Uh, okay. 10. Jetzt haben wir 9, 9, 10. Oh Freunde, jetzt pass auf. Jetzt kommt eine 12. 3. Und... Es kommt eine 2. Ich hab so viel Ries. Perfekt. Paul einfach, holy shit. Fällt gut an bis jetzt. Naja, ich... Und in 3. Wow. Es zeichnet sich jetzt schon ein Muster ab ein bisschen hier. 2, 2, 3, 2, 3, nice. Hey, wir waren tight, warum bin ich dritter? Äh, weil ich die Katze hab und die Katze ist cooler als der Hund. Ah ja, okay. Na, dann macht's mal wieder Sinn. Ich glaube, das geht direkt auf... Mhm. Bahnhof? Nee. Erstmal Payne. Erstmal Payne. Das ist ja mal mega cool hier. Das ist ja richtig, richtig guter Start. Alright. Nehmen wir. Ist fein, elf ist fein. Siehstraße. Geil, das ist eine Straße. Start, nehme ich. Oh ne. Oh ja, das ist richtig gut. Mhm. Okay, sick. Guter Start. Alles noch offen, Freunde. Baskal, holy shit. Knallt überall. Holy fuck. Steuern. Nice, Digga, hey. Let's go. Let's go. Hi Carl. Alright, let's go. 100 Sucks Investment. Wir haben uns einfach kollektiv ignoriert, dass Basti schon bevor Kevin auf der Straße war, schon wieder wusste, welche Straße das ist. Ja, das ist Basti. Ja, Basti ist halt schlau. Basti ist der größte Monopoly tryhard. Ich hab so ein Originalset, was ich immer noch vor meiner Tastatur so hinlege. Basti, das Ding ist, das Gruselige ist, ich würd's dir sogar glauben, dass du das machst. Das ist das, was dich mehr beunruhigt. Ich könnt mir wirklich vorstellen, dass du's offen hast. Und so selber so mitspielen. Du hast auch so die richtigen gleichen Figuren und so rausgesucht. Und spielst du es so bei dir mit. Ja, das sollte eigentlich nur ein überspitzter Witz sein, aber... Wir sind geroastet. Ja, ist okay. Okay Rhys, komm, jetzt eine schöne 2. Jetzt wird's krass. Jetzt bitte aufpassen. Uh, ach, okay. Stark. Okay, okay. Gucken wir noch mal uns hier ein, oder? Oh, das ist ein bisschen gut, aber auch ein bisschen schlecht. Nee, das ist richtig gut. Warst du hier auf welcher Straßensackstelle? Ist es fucking, ist es okay. Ich glaube, also... Ich sag's nicht mehr, aber ich glaub Hafen. Nee, er traut sich nicht, er weiß nicht. Das ist die neue Straße. Nee, Hafen ist davor. So auf absichtlichen Fehler einbauen, so. Ja, ja, genau. Ach, Mensch. So gut war ich es gar nicht. Ja, also... In der Ecke war ich noch nicht so auf. Toni, was muss ich machen, dass du mir die Rose dann gibst? Hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier? Entschuldigung. Was? Oh, ja, es geht steuern. Oh, fuck. Junge, jetzt... Wahrscheinlich jetzt schon verhandeln. Naja, ey, schon mal erwähnen. Ich bin mal gespannt, was das erste Mal irgendwie so Subs oder so noch mit eingerechnet wird in die Verhandlung. Oh, geil. Orang Schneebel. Mit Real-Life-Money bestrechen, den machen wir nicht, oder? Oder? Ich erinnere dich ans letzte Mal. Beim letzten Mal wurde... Oh, das ist ein Ding. Spielen wir eigentlich irgendwas? Spielen wir um Geld? Ja. Spielen wir um Geld oder spielen wir auch... Willst du uns dein Geld geben? Stark. Neun. Insane. Ich gewinne. Mir ist egal. Oh, da gab Pink auf drei Leute aufgeteilt. Oh, das wird... Das wird eine Shit-Show. Ich hoffe, spielt schön mit Köpfchen, Leute. Immer schön mit Köpfchen spielen. 10.000 Dollar. Ab nach Berlin. Oh, München haben wir nicht auch. Epic Fail, Basti. Ich sag nichts mehr. Hätte man wissen können. Ja, die Berliner Straße, die hole ich mir ja jetzt. Mit einem Einer Pasch. Na klar. Krass. Ist das Bahnhof? Yes. Hallo. Ich war so schock, als ich letztens in Berlin war und herausgefunden habe, dass es einfach straßennamen doppelt oder dreifach gibt. Man kann einfach top achten, dass man über ein Uber fährt, dass man die richtige Straße nimmt. Hä, for real? Das passiert so häufig. Ja, ja. Warum machen die denn doppelt? Das ist ja voll dumm. Weil Berlin ja mehrere Städte früher war und dann haben die das zusammengelegt und dann können die das nicht mehr umnennen so mäßig. Ja, aber Berlin ist eine Stadt. Bei mir in der alten City gab, also wo ich aufgewachsen bin, gab es eine Straße, die gab es zweimal mit derselben Postleitzahl. Oh mein Gott. Was? Okay, das muss man doch ändern. Ja, das wurde auch. Ja, das war nur so ein Zeitraum von zwei Monaten oder so. Dann haben die halt irgendwann von Straße auf Weg umgenannt. Geil. Und das war dann der Fix. Aber dann kamen manchmal so Pakete nicht bei uns hin, sondern bei so halt der anderen Straße. War überscapped. Essen bestellen und auch belastend. Ja, die anderen freuen sich. Die kriegen immer so irgendwelche Lieferungen. So random. Hotfix. Achso, du weißt nie, was kommt. Das klingelt. Kann sein Chinesisch. Kann sein Pizza. Aber wenn es schon bezahlt ist, Digga, ist nicht schlimm. Du, ich nehme es. Dann tust du es einfach, als würde es dir gehört. Sag mir mal, die Straße heißt, ich ziehe da hin. Aber du für free stuff. Ach man, Junge, die Pisse. Ich bin schon nicht. Es ist gut. Nee, die Werke sind echt schwach, finde ich. Die Werke sind OP. Achtung. Zack. 6. Orange auch Triple Split. Hey, das ist diese Runde. Für deinen Orange und dein... Oh Gott. Nee, Quatsch. Wie viel für deinen Rosa. Oh Gott, Leute, fuck nicht jetzt so. Oh Gott, oh Gott. Oh, da geht es in den Park. Oha. Hey, du bist auswendig? Ja, Parkstraße. Das ist jetzt ein Sweat. Parkstraße. Krass. Boah, jetzt nicht noch mal eine... Nein, 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 nein. Oh Gott, zum Glück. Das wäre stark. Oh, das ist die braune, ne? Nee, nee. Das wäre zu stark gewesen, Junge. Ja, das wäre absolut okay. Also, ich würde mal ganz kurz für jegliche Warnung schon mal ansprechen. Orange wird bei mir nicht rausgehen. Also, nur um es mal direkt mal das Pink-Orange zu blockieren. Nur, ne? Also, jegliche Deals müssen dann auch für den Orange spielen. Ey, lass mal einfach gar nicht traden und es einfach so richtig lame runterspielen. Für so vier Stunden straight. Und dann am Ende können wir das Game nicht finischen, weil der Server abstürzt. Boah. Boah, das wäre so geil. Hm. Wir tauschen für real deine Pink? Ja, nehm mal mit. Ich, äh, wir können Pink gegen Orange tauschen. Ich gebe die Orange, du gibst mir Pink. Natürlich, gibst du mir Pink? Nö. Alright. Okay, gutes Gespräch an der Stelle. Wir können ja mal fragen, ne? In 20 Minuten können wir verhandeln. Ja, keine Ahnung. 10 Monopoly-Dollar. Wow. Oder 100. Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? Wer das erste Trio hat, das ist ja schon so eine große Advantage. Oh shit. Absolut. Cracked. Dark. Grün. Meins. Es ist alles so gesplittet einfach nur. Wenn wir auch heute mit fünf spielen, dann spielen wir meistens mit vier. Bei fünf wird es dann nochmal ein bisschen mehr geteilt. Oh fuck. Ach Delina. Rhys, du bist dran? Ja. Rhysi. Ich sag mal, ich hab bis jetzt noch nicht so das krasse Glück gehabt beim Würfeln, aber ich sag euch das willkommen. Genau jetzt zum Beispiel. Weil jetzt fahr ich auf eine richtig... Ist ja noch zu... Ach du Scheiße. Danke dir Rhys. Was ist das für ein Game? Oh boy. Das wird hart. Mein Glauben wird auf die Probe gestellt heute. Aber 24 ist doch ein Schnapper. Ja schau mal, was ich für Straßen hab. Eine. Eine hellblaue. Ja komplett rot ist noch offen. Das ist zum Beispiel krass eigentlich. Okay, wichtig ist, dass nicht Basti blau bekommt. Die Dreckstraße. Ja, es ist wichtig nur, dass Basti was nicht bekommt. Blau ist gar nicht so gut, oder? Was hast du gesagt, Basti? Nichts. Ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott, Junge. Die Dreckstraße. Tal rein jetzt. Und Ruhe. Junge. Der Staat, Junge. Der zieht mich komplett aus. Das ist die Neidgesellschaft in Deutschland. Das wäre in den USA nicht passiert. In den USA hätte ich 200 Dollar bekommen und einen Kuss. Richtig. Und hier bauen sie die Reifen noch ab. Die da oben, Junge. Ja, perfekt. Jetzt habe ich beide Werke. Na, top. Ist doch gut. Ich meine, das ist nicht bad, I guess. Die stack, na? Die sind jetzt nicht scheiße, aber das ist auch nicht krass. Ja, die hauen mich jetzt auch nicht aus den Latschen. Aber die werde ich trotzdem behalten. Oh, das ist die Braune. Hm. Nice. Die ist ja auch noch gespildet. Let's go. Nice. Shit Street. Okay, Antonia, ich gebe dir die Braune für 1000. Holy shit, Tony. Das ist ein One-Time-Deal. Das ist ein Crazy-Deal. Das ist ein Crazy-Deal. Der kommt nicht wieder, Junge. Also mit dem Braun macht man mich ordentlich Cash. Da ist dick Patte drin. Ich mag die braunen Straßen. Ich finde die sympathisch. Komm, gib mir was Geiles. Komm. Okay. Okay. Hey, Glückwunsch. Wahnsinn, ey. Krass eigentlich. Ist okay, ist okay. Aber ich würde die drei nicht geben für die Straße, Karl. Äh, ne. Okay. Ist drei doch nicht ein huge Deal für Braun? Ich meine... Dann hat er beide. Die hab ich raus grad für nichts, ne? Weißt du, was das für ein Riesending ist, wenn er der Einzige ist mit Häusern und Hotels vielleicht? Oh mein Gott, Digga. Ich könnte kotzen. Oh shit. Digga, Toni ist so broken schon. Holy fuck. Ja, aber Basti hat's nicht. Du weißt ja nicht die Combo. Ja, das ist das Wichtigste. True eigentlich, true. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass Basti hauptsächlich verkackt. Egal. Ich hoffe, dass Basti heute richtig verkackt. Oh, ruht ab noch gar keiner, ne? Oh, Kevin, Digga. Es ist langsam ein bisschen flech, was du überbrichst. Geil, 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 geil. Ich glaub jetzt, jeder hat jetzt irgendeine Straße, ne? Okay, ich bin ein bisschen broke langsam. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ansonsten ist... Oh, sehr nice. Langsam ist frech. Ich hab überall meine Finger mit drin. Ey, Leute. Es entwickelt sich wieder in diese Richtung, ne? Oh. Oha, Junge. Was? Fofi, steuerfrei. Komm, jetzt ein ganz ge... Jetzt kommt was geiles, komm. 7. Ja, das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Xiaomi. Das ist die Steuerscheiße. Oh, willkommen auf meiner Braun. Das macht 6 Euro. 3 Dollar. 4 Dollar. 4 Dollar. Kriegst ein trockenes Zimmer und eine Matratze. Das ist ein Döner. Läuft ganz, ganz wild bei mir diese Runde. Es macht mich, ähm, richtig happy. Meinst du, es ist Karma nach den Ansagen? M-m. Kommt noch. Kennst du das, wenn in so Serien so der Main-Character, der am Ende richtig krass am Ballen sein wird, am Anfang noch so struggelt ein bisschen? Ja. Es ist quasi das, was hier gerade passiert. Meinst du, es ist hier scripted in Monopoly? Es ist eine... Wir wollen ja auch... Wir wollen ja eine richtige... Die Handlung muss sich ja richtig entwickeln noch, ne? Man muss ja erst mal... Richtig. Ich bin schon der Böse nicht geworden. Du bist schon den, den alle, die so die mögen. Aber man weiß nicht genau, warum. Du hast nichts gemacht, ey. Aber... Ja. Weil ich die Straße vorhin sagen konnte. Ich hätte es einfach nicht erwähnen sollen. Ich hätte es nicht erwähnen sollen. Du bist der Wichser. Du wusstest, wie die Straße heißt. Du hast es früher als Kind gerne gespielt, du. Assi. Oh shit. Der kennt irgendwelche Tricks oder so. Ich glaube, ich habe als Kind tatsächlich nie dieses Game durchgespielt. Also zu Ende gespielt, eine Runde. Man hat immer so zwei Stunden gespielt und dann abgebrochen, weil Mutti mit Essen fertig war. Cringe! Oder weil irgendjemand geholt hat oder so. Aber hier kommt schon mal 10er so lang. Mit dem ganzen Geld immer sortieren. Jaaa. Ich war auch immer ganz langsam. Oh shit! Ich war auch immer die Bank und abgeschummelt. Ich bin absolut crack. Fuck! Oh nein. Ich habe nur verloren. Gerade eben. Ich habe dreimal aneinander gewürft. Ich habe nur verloren. Nice. Ja, perfekt. Oh, Basti! Ist das ein Werk, Ane? Ich habe. Oh, sorry, Digger. Hätte man wissen müssen, dass da nicht das Werk ist. Epic Fail. Yo, Kevin. Wie viel für deine Pink? Alle anderen Karten, die du hast, außer deiner selben Pinke. Deal. For real? Nein, bitte. Nein. Okay. Kurz gehofft. Ries, du hast immer noch eine Karte. So trash. Ehm, Karl. Das ist jetzt tatsächlich gut, dass du es mir sagst. Jetzt hast du es gar nicht gemerkt sonst. Oh, Krampfmann läuft da richtig scheiße. Holy shit. Ist ja absurd. Ja, aber die läuft über gar nicht. Ries, du gibst dir eine Karte für 1500. Welche was gibst du mit dem? Crazy Deal. Keine Ahnung. Braun. Nö. Okay. Also Ries, ich habe eine hellblaue, ne? Also wir können da bestimmt irgendwo uns, äh, irgendwann treffen. Wir machen da gleich nochmal was. Mhm. Du bist ja ein Geldgeber. Ja. Alright, danke. Bitte, bitte. Ist okay. Okay. Basti, würdest du deine dunkelblaue, ähm, traden wollen gegen Sachen von mir oder kommt es nicht in Frage? Wenn, nur, wenn ich dadurch auch eine komplette Reihe hätte. Mhm, mhm, mhm. Sehr gut, Basti, sehr gut. Okay, sehr gut, Basti. Sehr gut, Basti. Bitte um was geiles, bitte um was geiles. Oh, Lootbox. Bitte um was geiles. Geil, nehmen wir. Vomani nehmen wir. Vomani nehmen wir. Vomani, sehr wichtig. Mein Beileid. Scheeeen. Ja, perfekt. Komm wieder raus. Direktes Erbe versteuern. Krankerunde. Erbsteuern, ja. Fuck! Dass die beiden Roten noch offen sind, Leute. Das ist das einzige, was noch zu holen ist. Wenn Ries das nicht holt, ist Ries der Erste, der da fliegt. Ries wird sich noch eine Zeit lang halten, nur über diese Einnahmen. Aber ich habe das Gefühl, dass im Kollektiv Karl und Kevin sind richtig gefährlich, weil die werden blind traden. Nein, nein, nein. Rot ist noch komplett frei. Zwei gelbe sind noch. Ich glaube eine hellblaue. Es gibt auf jeden Fall noch was. Also man sieht das auch bei diesen dunkel unterlegten im Menü. Ah, true. Junge, Basti. Mann, oh, ich wollte einen Tipp geben. Was hält die Map auf alles? Mann, nein. Bitte um was geiles. Bitte um was geiles. Oh, nichts. Kostet mich nichts. Zack. Oh mein Gott, Karl. Oh mein Gott. Es ist so krank verteilt. How easy. Du kriegst rosa, wenn ich von dir orange und rot bekomme. Nein. Oder rot und grün. Ey, ich sehe da zwischen blau und grün eine große Gefahr bei Kevin und Karl. Wir müssen uns vereinen. Wir können die Weltherstatt ausfressen. Wir müssen zusammenspielen. Ich weiß. Aber erstmal brauchen wir irgendwie zwei von irgendwas. Ja, ja. Und dann können wir traden. Wenn Hauptsache Basti verliert. Ja, das ist das Wichtigste. Ja. Wir sollten Basti fokussen. Keiner sollte mit Basti traden. Ja, redet ruhig weiter. Monopoly hört mit. Oh, Mist erreicht. Ja, du musst mit Reese traden, ne? Ja, mit euch möchte ich auf jeden Fall nicht traden. Ey, Basti, weißt du, was gestern passiert ist? Oh, Reese, oh nein. Was denn? Ich hab gestern privat FIFA gespielt. Ich hab's gesehen. Ich hab Sims gespielt. Und auf einmal sehe ich unten rechts um halb zwölf. Erstmal Papa Platte startet FIFA für fünf Minuten. Mhm. Aber auf Plazy. Einmal haben wir 5-2 kassiert. Und einmal, halte ich fest, 1-1 gespielt. Oh. Mhm. Aber, aber, ich hab einen Elfmeter geschossen und getroffen. Ja, Kevin, du bist mittlerweile krass geworden. Boah, wie krass. In einem Videospiel. Ich bin sehr, sehr krass. Boah. Antonia? Jetzt bin ich mit dem du tradest. Ja, 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 ja. Möchten Sie diesen Trade mit mir machen? Das ist ein Banger-Trade, den würde ich machen. Deswegen ist meine Ausgangsposition ist denkbar ungünstig in diesem Game. Dann hätte Antonia Leverage gegen Basti. Aber warum mal für Blau? Jetzt ist halt erstmal die Frage, ob ich Hellblau gegen Dunkelblau trade. Doch, doch, würdest du machen, Basti. Würdest du machen, Basti. Würde ich machen? Na gut, wenn du das sagst. Dunkelblau ist so overrated. Also, ich würde den Trade annehmen, wenn du mir irgendwie noch den vierten Bahnhof besorgen könntest, Antonia. Nee, aber kann ich nicht. Das wäre dann auch ein zu krasser Deal. Wer hat denn den vierten Bahnhof? Also Chad sagt schon das Scheiß-Deal. Passt nicht, Junge. Achso? Acting King. Uh, okay. Weißt du was, Digga, YOLO. Fuck it. Oha, okay. Interessant, interessant. Digga, in dem Game, was will ich taktieren hier? Einfach drauf, los. Ja, dich jetzt ein bisschen erwischt, Bruder. Mir geht's gar nicht so gut. Nee. Walla, Krise. Komm, nicht so viel. Ich bin grad ein bisschen... Ah, 12 ist ja voll. Jetzt kostet alles noch nichts ohne Häuser. Trotzdem, manchmal ist ja auch so 40 oder so. Das wäre jetzt auch nicht so lecker. Das ist ein Bahnhof. Oh. Oh, da müssen wir noch schmecken lassen. Ja, da hab ich mir direkt meine Monatskarte geholt, glaub ich. Ach, Junge. Ey, grad ist doch wirklich... Ach, Digga, nein. Oh ja, willkommen. Ah, 12. 1 mehr wäre krass gewesen. Karls Hotels. Oh, auf Freiparken könnte doch was liegen gerade, oder? Bunkert da was? Ich glaub, da liegt was, ja. Ja. Wieso? Ich glaub, da hab ich sogar ein bisschen eingezahlt. Okay. Oh, Junge, was? Was? Das schmeckt doch. Holy shit. Oh, fuck. Big Strongs. Das nett. Das ist nett. Hey, wir haben hier alles so viel Geld. Oh. Oh. Ein bisschen zu spät, ne? Hättest du noch was übrig lassen können. Ja, sorry. Ich hätte meine 50 Dollar wieder bekommen. So, das ist was gelbes. Das ist was gelbes. Ich glaube, die ist offen. Die ist frei, wa? Oh. Oh. Guck mal. Okay. Oh mein Gott, Junge. Kleine Hoffnungsschimm am Himmel. Ein kleiner. Basti, ich würde dir ein Trading Angebot machen. Ja, ich hab, ich hör zu. Ich habe rausgehört, du bist eher Fan der blauen Straße. Deswegen möchte ich dir die anbieten. Du kannst dir wahrscheinlich denken, was ich dafür gerne hätte. Ja. Die beiden blauen. Mhm. Damit haben wir beide eine Straße voll. Du hast genug Geld, das zu bauen. Oh nein. Aber ist auch schlecht für dich. Wir haben beide eine Straße. Ja, das klingt für mich fair. Um es noch auszugleichen, hätte ich gerne noch ein ganz bisschen Geld drauf. Einfach um den Wert auszugleichen. Okay, ja. Kann man das nämlich schneller machen? Ja, gedrückt halten, aber du musst da jetzt gar nicht so lange gedrückt halten. Ah, er kann schon langsam brennen. Ja, ja, ja. Da wird... Na, ich würde mal sagen, 180, dann sind wir gleich. Man darf ja nicht vergessen, dass bei Hellbläu ja ein Haus nur ein Fuffi kostet, ne? Der Trade ist super dumm. Mach den nicht, Toni. Ist vielleicht ein Fehler von mir, aber... Na, beide haben wir's Geld. Oh, oh, shit. Wir sind komplett fucked. Das ist so okay. Wir sind, in dem Sinne gesehen, abpascht. Wir sind absolut fast ja gewonnen, GG. Ja, wir sind so fucked. Das war der beste Trade überhaupt. Nur weil Basti die Straßen kennt vom Namen her, toll. Ja, daran lag's, fuck. Der kennt die Namen und der fucked mich schon immer ab. Ich fühl mich so wie beim Weltgeschehen, wenn die ganzen Großländer verhandeln und ich bin irgendwie so, keine Ahnung, ich bin so am Tor oder was. Ich kann nur so zuhören, was ihr halt macht und so. Ja, okay, I guess. Oh, was? Oh, 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 oh. Leeres Feld. Oh, mein fucking Gott. Okay, immerhin. Nehmen wir. Urlaubsgeld mal wieder, ha? 100 Dollar, imagine. Krass. Ja, Digga, erbe 100 Dollar. Dafür kriegst du ein Grundstück. Dude, what a time to be alive, Alter. Brandenburg, wahrscheinlich sogar realistisch. Kommt drauf an, Digga. Aber bei manchen Orten, da würde ich lieber 100 Euro nehmen, um ein Grundstück zu haben. Big cash. Da bist du besser dran, Digga. Ich weiß nicht, ob es so eine Urban Mythos ist, aber irgendjemand meinte, in Brandenburg gibt es ein ganzes Dorf zu kaufen für 5000 Euro. Nee, niemals, Digga. Boah, scheiße. Irgendwo, Osten zumindest. Lass uns mal kaufen, einfach. Digga, man könnte es halt echt kaufen und einfach so einen geilen Freizeitpark draus machen oder irgendjemand. Ja, oder ein lustiges Video oder so. Das hätte selbst schon jemand gemacht, wenn es so billig wäre. Oh nein, Basti tryharded. Ich baue Häuser, was... Basti tryharded, richtig. Oh nein. Das ist ja dann wirklich übertrieben, die Chancen zu gewinnen, jetzt einfach. Ultratryhard. Das ist... Wenn wir auf Blau kommen, ist es vorbei. Das sind die Totenfelder. Ja. Wow, Basti. Toll. Ich mach alles kaputt. Ganz den Abend ruiniert. So viel Spaß. Ja, jetzt so viel Spaß. Wie viel kostet es jetzt, wenn man auf Bastis Feld kommt? 1.400. 1.100. 1.100. Und bei dem 1.14 anscheinend, ja. Uuuuuh. Absolut widerlich. Wenn wir da einmal drauf kommen, ist es vorbei. Man, ihr bekommt dafür auch eine Erlebnis-Nacht. Wir können nichts traden, ne? Wir können nichts traden. Nee, das macht nicht so Sinn. Es gibt gar nichts. Ja, es gibt gar nichts. Wir müssen noch warten. Aber sobald wir können, müssen wir, Karl. Ja, ja, wir müssen. Kannst du ein Hotel kaufen? Oh, du machst extra kein Hotel, in das wir keine Häuser kaufen können. Okay, das ist Tryhard. Das ist halt wirklich Tryhard. Genau das habe ich getan. Oh nein. Sind jetzt schon keine Häuser mehr verfügbar? Nein, nein, es sind noch welche da. Achso, ich wollte gerade sagen. Oh nein. Er macht zehn Häuser. Und am Marsch. Ey, ist aber no joke gerade eigentlich besser, dann kommst du nicht auf Bastis-Shittyfelder. Oh Kevin, Gefahr steht bevor. Oh. Oh nein. Oh, ernsthaft? Kevin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie möchtest du es denn haben? Oh mein Gott. Mit Frühstück, ohne. Oh mein Gott. 1,4. Soll ich dir noch einen Mietwagen dazu bringen, oder? So pissed. Das ist richtig schlimm. Scheiße. Hast du genug? Ja, Digga. Es ist halt insane schwer, daraus wegzukommen. Muss alles sein. Tja, du hast dir auch die teure Suite ausgesucht. Der war schuld, hm? Hast du wieder zu viel Fritz-Kohle aus dem Winni-Kühlschrank gemobst? Oh nee, Digga, das reicht nicht. Wir nehmen auch EC-Karten. Oh nee, Kevin, ich geb dir 200. Ich brauch die grüne eher. Okay, pass auf, pass auf. Ich geb dir so einfach 200, keine Finanzspritze. Einfach so. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Warte, ich geb dir meine rote, krieg dafür deine grüne. Ist fair, weil rote ist besser. Ist zwar eine Hypothek drauf, aber ist besser. Krieg ich noch deine orange, Kevin? Wie viel brauch ich, Bro? Ich glaub 200 oder so? Du brauchst 200 oder 180 brauchst du. Und die orange, vielleicht? Boah, ungern, Digga. Okay, komm, fuck jetzt. Hey, Leute, rot ist wirklich ein bisschen. Also, alles, was ich jetzt denen in der Runde sage, kommt so rüber, als wenn es ein Joke wär. Die Runde ist die beste Straße, die es gibt. Nach orange, also eigentlich orange und rot, so. Boah, Junge, Alter. Dankeschön. Es war eigentlich übelste dumme Trade, aber... So ein dicker Basen, Alter. Immer noch am Leben. Boah, ich bin so pissed. Ich tryhard halt nicht. Ich spiel das Spiel zum Spaß. Junge, ich hoffe, dass keiner mehr auf meine Fehler kommt. Es tut mir so leid, Leute. Oh, ernsthaft? Ja. Okay, wow, okay. Ganz ehrlich, hier ist einfach nur eine Umverteilung hier inzwischen. Das ist halt, das ist halt peinlich. Danke dir. Das ist eine faire Miete. Jetzt irgendwas für jedes... Ach. Better ist verdient, verdient was ich. Armer. Das ist... Der hat Karma richtig reingezockt von den 1415 im Abstand, ey. Kennt ihr aus eurer Kindheit noch die Regel, dass wenn man im Gefängnis ist, man keine Miete kassieren darf? Ja. Kenn ich doch. Weil das ist eigentlich ein übelster Counterbalance, dass halt man nicht die ganze Zeit im Gefängnis bekämmt. Ja, Power Gaming ist das. Ja, das ist Power Gaming, ja. Gefängnis ist das krasse OP ansonsten. Ja. Aber es ist Realismus-Deals. Ich fühle mich sehr schlecht hier. Die Geschäfte laufen weiter. Ich fühle mich sehr schlecht hier. Die Geschäfte laufen... Die Regeln, die jemand anders halt. Es wäre geil, wenn du Prozente abgeben müsstest. Ja, aber du darfst doch nicht der Himmacher sein. Ja, aber du darfst doch nicht der Himmacher sein. Oder so. Ja, ja, ja. Oh Gott, zum Glück, Junge. Holy shit. Oh my God. Hey. Achso, ne. Fuck. Oh fuck. Aber danke dir. Oh nein. War das alles weg? Oh shit. Ich finde es auch eine Art. Ich dachte, jeder zahlt dir 50 Euro. Scheiße. Fuck. Ein kleines Wörtchen, ne. Was für ein Unterschied. Ach man. Das ist halt mit den Mitteln nicht in den Kohlstätten. Ja. So, ich möchte mal 100 Euro erst machen. Ja, ich fahr auch mal mit der Bahn. Dankeschön. Oh, für die Umwelt auch ein Stück weit. Eine 2 ohne 4 wäre ganz, ganz ungünstig jetzt. Deswegen würfel ich es einfach nicht, oder? Machen wir es so? Ich schütte dir die Kissen auf. Alter, Mann. Reese ist doch auch einfach schön. Let's go, Reese. Oh my God. Das gleiche. Oh my God. Du musst eine Hypothek aufnehmen. Oh, yo. Das Zimmer von Kevin letztens ist gerade sauber geworden. Das hat ganz schön lange gedauert, aber. Hm. Ich würde vielleicht auch eine gelbe Straße nehmen für Geld, Reese. Also wenn du, du kannst mir auch gerne die drei Bahnhöfe geben und ich komme dir da vielleicht mit dem Geld dann entgegen. Ähm. Ungern. Okay. Ich krieg's gerade noch so hin. Reese, wir müssen zusammenarbeiten. Kevin. Kevin, du und ich. Ich hab mich noch nicht wohl dabei gefühlt. Scheiße. Rechne ich dir hoch an, Basti. Aber ich muss ja meine Mitarbeiter auch irgendwo. Klar. Du, ich verstehe. Du hast hohe Unkosten und alles, ne? Das war ja auch ein großes Risiko, was ich da eingegangen bin. Ist ja auch ein Altbau und so was. Wir finden nach außen und so was in der Wasser und alles. So. Gibt es überhaupt noch eine Chance zu gewinnen? Ja, Calvin. Einer von uns muss rot oder grün bekommen. Ja, Reese ist auch mit dem Team. Ja, preis-leistungstechnisch lohnt sich das tatsächlich gar nicht, noch ein weiteres zu bauen. Oh my God. Du hast 3.000. Aber, naja. Was? Basti, wie ist die Monopoly-Meta gerade? Ich mach gar nichts. Was ich... Welche Masteries hast du drin? Ja. Du hast jetzt so ein Guide. Ja, genau. Da steht auch so drin, was ich sagen muss oder was der perfekte Deal jetzt wäre. Ja, ja, ja. Grease. Ich bin in so einer unangenehmen Situation, wo jeder mich hasst. Aber ich hab doch... Guck mal, ich hab ja wirklich nichts gemacht. Ich hab ja einfach nur gespielt. Bitte, bitte. Joach. Oh, das Basti ist bullshit. Es gibt. Oh, okay. Wir gucken. Oh, nein. Power. Powerplay. Basti geskippt und Geld geholt. Let's go. Das ist im Grunde das Beste, was du bei Singeln. Ja. Am besten krieg ich nur ein Disconnect, das wär noch besser. Oh my God, das wär wirklich das Beste. Oh, fuck yes. 20 Euro. Seid ihr gegönnt, Bro. Seid ihr gegönnt. Insane. Die da oben müssen auch was ist bullshit. Mann. Komm, irgendwas Gutes. Nein. Mit großen Schritten. Ich glaub, die ist frei. Die ist frei. Die ist frei, aber ich kann's mir nicht leisten. Oh, krass. Doch, kannst du. Doch, kannst du. Oder wir gehen auf ne Option. Grease. Sie bräuchte ich. Geil. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, die bräuchte ich. Ich hab eh kein Geld für irgendwelche Häuser. Ich hab nichts. Mach noch nicht, pass auf, folgendes, folgendes. Wir machen so ein crazy Dreieckstil. Sobald ich irgendwas hab, was wichtig ist. Ja. Nur dann gewinnen wir alle. Ja. Wahrscheinlich, ihr hört so auf, wenn nur noch ihr drei so am Leben seid, ihr sagt so, ja, okay, wir können aufhören. Oh. Die ist auch noch frei. Oh, shit, aber das ist kein Cash, ne? Ich hab kein Cash. Oh, oh my God. Das ist so schlecht. Ey. Das ist das Schlechteste, was hätte passieren können. Ja, das hat was, die die. Was denn, der Ton hat doch auch verfigeln. Mach so Feuer, wie es nur geht. Ja. Tag. Was jetzt? Oh. So, die Bitte tu mir einen Gefallen und treib so hoch, wie es nur geht. Sonst macht Basti durch den Überschnapper. Hm. Oh mein Gott. Basti darf die nicht bekommen, sonst ist es wirklich over. Ich glaube, irgendwann crashed die Lobby, aber. Tja, Kevin hat gesagt, du solltest die auf jeden Fall mir nicht geben. Pass auf, Basti's Strat ist es, die ist nicht nach 1000 hoch zu traden und es dann zu verkaufen, dass du es bekommst. Das ist Basti's Strat hier, hundertprozentig. Ich kann nur überlegen, wie lange er noch hochpulte war. Mhm. Zehn. Bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Oh shit. Neh mich. Oh mein Gott. Das ist so scheiße. Metagaming. Mannjot. Was, du brauchst irgendwas von Kevin? Ähm, von Kevin. Ja, dass du's tauscht mit ihm. Naja, ihr könnt mir doch vielleicht mal eure Orangenen vielleicht zukommen lassen. Okay, wenn du mir die Grüne gibst? Dann musst du Karls Orangenen bekommen. Okay, Kevin. Okay, aber dann krieg ich Rhys' Rote, hä? Okay, Rhys, pass auf, ich geb dir meine zwei Werke und meine Pinke. Die Werke und die Pinke. Karl, ich geb dir meine Pinke für die Rote. Rhys! Rhys muss erst mal weitermachen. Oh! Karl, ich würde dir meine Pinke für deine Braune anbieten. Oh mein Gott. Deal. Ja, Leute, ich muss ein bisschen gegen traden. Alright, Kevin, ich geb dir meine, äh... Meine Orange, ne? Ja, das war krass. Gegen die Rosane, genau. Dann ist ja die Frage, ob du die letzte Orangen auch bekommst. Also, die letzte Grüne, meine ich. Warte, und Rhys, ich geb dir meine Roten. Für? Nichts. Okay. Ich werfe nur, dass Basti nicht gewinnt. Es ist halt so krass, dass es genauso ist wie die letzte Runde, die wir Monopoly gespielt haben. Es ist halt legit das Gleiche. Am Ende stellt sich dann wieder heraus, dass ich Toni gescamt habe oder so. Stimmt, war das noch das letzte Mal? Ja, da bin ich bankrott gegangen. To be fair, Basti. Du hast Toni hart gescamt hier. Was heißt gescamt? Sie ist drauf eingegangen. Aber das war der Beste, die auf Erden, Digga. Jo, jo, jo. Ich geb noch nie Monopoly so guten Deal. Ja, true. Normalerweise hätte ich einfach sagen sollen, hey, das kann ich nicht annehmen. Ja, du, 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 du. Oh, scheiße, Kevin. Oh, warte, 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 warte. Also, ich bin eigentlich ganz fertig mit meinem Ding, Kevin. Kevin, Kevin, bevor du Trader handel, gib mir all dein Shit. Ich bin halt an Rhys und mich. Also, ich will nur mal ganz kurz erwähnen, dass ihr gerade noch über Fairness und sowas geredet habt. Wenn du an Kot gehst, dann kicken wir alles, Antonia. Ja, wir müssen Power-Game, wir müssen Hardcore-Power-Game. Ja, ja. Hab ich ja auch gemacht, klar. Ich hab ja auch richtig krass, also. Mich auch mit allen verbinden voll. Was, ich geb dir meine Orangene, wenn du mir 400 gibst. Bring mir halt nichts, weil ich keine Gewissheit habe, dass mir Karl die letzte gibt. So, ich geb dir die letzte, auf jeden Fall. Ähm, ich geb dir genau 380, die du brauchst, zum Bezahlen. Hm, das ist ein richtiger Schwach. Das ist so ein bisschen Mind-Game. Das ist halt... Ohne 420 gib ich's dir. Ja, passt. Okay. Ja, Orange ist halt sehr stark, ne? Das Problem ist, dass ich so ne große Wahl war, weil Basti sagt nein. Wenn ich jetzt auch nein sage, dann kriegst du das Geld nicht zusammen. Ja, du hast auf jeden Fall ein Druckmittel gegen ihn. Hm, ich würd dann schon noch die andere Straße auch noch haben wollen. Nee, da würd ich noch mal... Ich trage alles, Karl. Ich nehm's nicht an. Ich trage alles, Karl. Also, geh, 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 raus. Quittes die Runde. Machst du Lobby zu. Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ich mach das so nicht, Toni. Entweder... Nimmst du's an und dann packen alles aus wie Farb. Wir machen ein absolutes Powerteam. Entweder meine Mutter darf bei uns einziehen oder ich trenne mich von dir. Ach, sorry. Hey Antonia, er macht's nicht! Ja, dann kann er leider die Schulden nicht bezahlen. Das passt dir. Das passt dir. Oh. Er kann schon langsam mal den Finger von der Taste nehmen. Ja, passt so. Bisschen trinken, komm. Ich troste es. Ich troste es. Oh mein Gott, Basti! Was denn? Er hat sich da verdrückt? Wegen 9 Euro! Das ist so typisch, Basti. Oh. Ja, ich bin wirklich... Also, Leute, ich bin echt ein schlechter Mensch. Es ist so krass. Alles, was ich mache in Monopolie. Ich hoffe, du schämst dich richtig doll dafür. Ey? Fuck! Warte mal, wie viel ist das? Nicht viel. Ah, okay. Nee. Cringe. Ich denke, im ganzen Spiel ist einmal jemand auf einen scheiß Bahnhof gekommen. Vielleicht zweimal. Ich bin ein paar Mal. Ja, blem. Zweimal, der Gerd. Das war alles. Oh, danke. So, einmal noch auf Basti's Grundstücke. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Tja, warte. Bisschen Reeves Todesstraße. Jetzt gehst du ab in den Turm. Oh mein Gott. Ist ja quasi nichts. Ja, ich würde... Reeves, gib mir alles und alle vier. Gerne deine Gelbe nehmen. Mit Hypotheken kriegst du es auch noch zusammen. Da ist hochzahlen. Aber mir war zwei Garten. Riesmann Hypotheken. Aber es ist schon. Ich kenne die Hypotheken, glaube ich, zusammen. Sonst nehme ich auch gerne die Bahnhöfe wieder zurück. Das wäre dann so ein schöner Kreislauf auch. Kreislauf des Lebens. Mh, Kreislauf des Lebens, ne? Weil es ist ja deine einzige Einnahmequelle grad. Könnte man es so sagen, ne? Könnte man schon... Ja, muss man auch so sagen. Ja, aber ich würde dich jetzt nicht wirklich jetzt hier die Miete bezahlen, dann kann ich mich weiter auf den Weg machen. Ich hoffe, dir hat es gefallen im Hotel. Du, es war super. Wir haben gleich ein paar Galakenprobleme, aber es geht schon besser und... Du, für 450 Dollar ist es okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Antonia, Digga. Aber das ist auch so. Tony braucht's auch. Oh, das ist mein Strafzettel. Oh nein, das ist wieder ein Basti-Haus. Du kannst auch eine Hypothek aufnehmen, ne? Auf irgendwas. Oh. Oh Gott, Digga. Kann ich einfach von Frieda wohnen. Auf Ehre, Mutter. Auf Ehre. Du hast doch noch eine grüne. Auf Ehre. Einfach, weil du ein netter Typ bist. Willst du deine Werke noch haben? Die Werke sind doch nichts wert. Du kannst ihm halt nicht einen geben. Junge, wie skafft. Ja komm, mach 100, dann gebe ich dir meine Werke. Ist das ein Deal? Ne. Dann sagen wir 80, 80 die Werke. Mach mal 80 die Werke. Also für die Werke gebe ich dir 120. Okay, Deal. Also ich würde dir 28 geben. Ja, okay, machen wir jetzt 20. Also ich gebe dir 400. Wasti, willst du ein Gegenangebot machen? Ne, das ist hier keine gemeldete Auktion. 400. Wasti, für 130 gehören sie dir. Ja, ich weiß. Willst du? Ne, ne. Die Hypothek wegzumachen kostet mir schon zu viel. Ja, was hast du gesagt? 400. Ich würde nur Wasch hochschreiben. Du bist so bei Ebay, diese Wetter, die so falschen Fans machen. Smart. Ah klar. Lass uns tradeen. Rosa gegen Orange. Easy. Basti. Okay Basti, ich habe jetzt ein faires Angebot, wie du dich in die Härten der Leute dribbeln kannst. Ja. Oh. Ähm. Boah, du kannst ja noch vielleicht nochmal was draufpacken. Was denn? Bro, nein. Das kann ich wirklich nicht. Dann macht es wirklich keinen Sinn. Dann kann ich auch gleich beim Krott gehen. Als nächstes Mal, wenn ich auf irgendwas draufkomme, muss ich auch Hypothek aufnehmen. Das ist rib dann. Wirklich. Basti, weird champ. Ich gebe dir den Tenner. Ich gebe dir den Tenner. Ich gebe dir den Sechs. Ich gebe dir den Sechs, damit ich die gerade Zahl habe. Ja komm, für die gerade Zahl. Wir machen eine runde Summe. Oh ne hell, leider noch 6 Euro raus. Hast du ein bisschen Leichenschändung, was Basti da immer macht? Ich bin, ich bin, ja ich bin schrecklich. Ich bin, ich bin. Du Basti, du bist wirklich der schrecklichste Monopoly-Spieler, den ich kenne. Also schrecklich im Sinne von gut. Hey, Basti hat einfach nur Glück gehabt. Ich glaube, ich lasse nächstes Mal jemand anderes für mich spielen und ich rede nur. Merkt ihr aber, dass diese Mindgames, ich kann schon gar nicht mehr. Ich darf gar nichts so Gemeines machen, weil normalerweise, was jetzt schlau gewesen wäre, würde jetzt Kevin niemals diesen Trait geben sollen. Dann wäre er gestorben. Ich habe doch blau. Ich habe doch das Monopol. Hätte ich das nicht gemacht, wäre halt Kevin for real mad. Also er wäre for real, for real mad. Und dann wäre das ausge... Also dann, ne? Was machst du denn da? Was ist denn das jetzt? Weißt du mal, das war ein fairer Handel, Karl. Vielen Dank. Ich wünschte, es wäre noch so ein zweiter Karl hier in der Runde, der jetzt Karl für das jetzt mal so blamen würde, so wie er es bei mir macht. Willkommen, Karl. Was kann ich für Sie tun? Das größte Zimmer. Boah, sehr gerne. Sehr gerne. Kostet nur 550 Euro die Nacht. Wir haben es runtergesetzt. Wir haben es bei 700. Aber wegen dem Sommerangebot auf 550 aktuell. Gerne kannst du mir deine drei Pinken... Will ich das aber auch noch hin? Nein! Oh, das ist absolut toxic. Äh, was mache ich jetzt? Du kannst mit mir nochmal traden, Karl. Ja, was willst du? Du kannst mir die drei Pinken halt geben. Ich geb dir auf jeden Fall mehr als die Hypotheken. Ich geb dir auf jeden Fall mehr als Basti. Das würde ich sehen. Hör dir den Löwen mäßig. Ja. Was, wie viel gibst du mir für eine Pinke? Für eine Pinke? Naja, eine Pinke bringt mir erst. Wenn, wirst du glaube ich nur die drei im Kollektiv los. Okay, 1500. Ja, das kann Reef gerne zahlen. Reef 1500? Das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen zu hart. Das ist ein bisschen zu hart. Wie viel? 57? Hä? Ich hab zu lange... Ja, jetzt kriegst du sie einfach halt auch so. Ja, weil ich zu lange versucht habe zu handeln. Das ist natürlich noch bessere Tier. Das ist ja ultra, das Game und wie einfach gescannt ist. Jetzt einfach alles käme geben sollen. Oh mein Gott. Legit gescannt vom Game. GG trotzdem. Oh wow. Jetzt halt die Frage, geht Kevin vorher hops oder ich? Das ist ja einfach nur noch eine Würfelfrage gerade. Oh, das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Oh mein Gott, so broken. Reef ist auch richtig statt mit Pink gerade, Leute. Also es wird sehr... So, ich sag mal so. Schmeiße Ben's an, wir Fahrräd. Und zwar gekonnt um alles drum rum, richtig? Ja, noch ist da nicht so viel los auf Pink. Da ist nichts drauf, hm? Alles so ein Werk, Scheißdreck. Ja, da hab ich ein bisschen was. 90 Euro, oh Gott, oh Gott. Dass ich dafür jetzt rauf gehen muss und die Hypotheken nehmen muss, ist wirklich ein bisschen peinlich. Dankeschön. Antonia, ich sag mal, du hast ja auch noch nicht so viel, da gönn ich's dir auch. Ja, und ich hab halt auch einfach gute Elektrizität. Das muss man mir auch einfach mal lesen. Seitdem ich da bei deinem Werk bin, muss ich sagen, stromtechnisch keine Bedenken mehr. Also... Danke dir. Habe ich eine Last weniger. Boah, das ist schon eine richtige Todesecke da, ne? Ja, richtig. Das ist schon ein richtiges Todesviertel. Ja, so eine Nacht in der Schlossstraße wäre halt vielleicht mal was. Die kann man noch kaufen, ne? Holy shit, die Gelbe. Oh mein Gott. Ja, das ist schon die Mitte, die Mitte der Gelbe. Bitte keine Zwei, bitte keine Drei. Kevin, wir haben eh alle verloren. Ja, das ist true eigentlich. Wir sind so verwundete Tiere, die jetzt noch gejagt werden. Fritzmann! Aber erst mal... So fühle ich mich, Basti, so fühle ich mich. Ne, da möchte ich mir die 18-Fahrer schmecken lassen. Ey, sei dir auch gegönnt, Bro. Das hast du dir auch verdient, Dominik. Ja, Basti, gibt's irgendeine Situation, wie man da rauskommt? Aus so einer Position, wie wir waren. Irgendwas. Ja, ist halt mit so... Super unwahrscheinlich. Also, wenn du also... Oh mein Gott, keep dodged. Oh, Digger. Gibt's da viel drin? Nee! Also dann halt wirklich mit Würfelglück, dass du über Longtime einfach so krass die Felder dodgedst und irgendwie über Freiparken und sowas aufbauen kannst. Das ist wirklich so eine 1%, 0,5% Chance. Das ist doch mal... Oh, Antonia, komm ich da wo drauf? Ich glaub, du kommst da irgendwo drauf. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Uff, Digger. 1-3, Digger. Kann man mich reviven irgendwie? Bro, das ist nicht Apex Legends, Karl. Sorry, Mann. Unrest. Das wird schwierig. Kann man mich reviven? Wäre geil, wenn man so ein Haus zahlt oder so und dann bist du wieder da. Kann ich sie nicht wegmachen wieder? Geht das nicht beim Hotel? Nee. Dann wahrscheinlich, weil keine Häuser frei sind. Wir sind drei... Oh, cool. Ah, das ist nur drei. Ja, mhm. Also dann müsstest du bei Pink erstmal ein Haus wegmachen, dass du... Oder du müsst vier Häuser weg. Aber das geht auch nicht, weil du ein Hotel hast. Muss ich einfach... Ja, eins verhauen. Den kann ich hier abbauen. Oha. Und nur noch 1000 jetzt. Ja. Sie muss 1000 Kinder zahlen. Boah, das ist eine ganz miese Sache. Boah. Dann geht es das nächste Heim, ich habe es bei Monopoly nicht dabei. Ja, sie hat sich halt... Sie hat glaube ich echt alles ausgegeben davon, ne? Hey, perfekt. Dankeschön. Du, kein Ding, was sie ist. Es war echt... Naja, es ist eine beliebte Gegend. Oh, jetzt hat er noch eine zwei Würfel. So. Bist du mal wieder im Knast war? Naja, man bleibt im Knast. Man bleibt da auf Sicherheitsabstand. So. Jetzt ist ja diese Lage, dass es für mich jetzt nicht so gut aussieht insgesamt. Ja. Es ist am liebsten jetzt, würde ich auch einfach in den Knast kommen, ehrlich gesagt. Ja, das wäre das Beste. Es ist mir aber anscheinend nicht gegönnt, sagen wir mal so. Ne, das ist ein Bahnhof. Aber der gehört mir noch. Ne, ne. Nein. Das ist der einzige, der Basti gehört. Der einzige, der Basti gehört. Ich habe eine Hypo drauf. Oh Gott. Ja, so ein Einer-Pasch. Jetzt sind zwei, oder? Komm, komm, lass es. Das wäre es für mich gewesen. Basti gibt doch auch Reese Bahnhof auf Ehre. Auf Ehre, sagst du? Ja, auf Ehre. Oh Gott, ich muss ins Gefängnis. Diese ganzen Gefängnis-Chiller. Doof. Das ist das Beste, was im Late Game passieren kann. Tja, Kevin. Ich wünsche alles Gute, Mann. Mal wieder Schloss allehen. Oh, doch, diesmal die Parkstraße nur. Aber ist auch schön. Wolltest du mal beides angucken? Kevin, gib alles Reese. Fuck it. Scheiß drauf. Ja, das ist schon. Fuck it. Auch wenn es OP ist, aber fuck it. Ja, ja, fuck it. Hey, was denn? Er hat eh keine Chance. Ja, klar. Also, ich verwalte die jetzt halt nur eine Minute, bis ich es dann einem von dem anderen Bein gebe. Das ist wirklich so. Redvan, ich glaube an dich, Bruder. Du holst es. Let's go. Machen wir. Wo ist denn der Ende Button? Hier. Äh, da. Ah, danke, Karl. Kein Ding. Da. Ah, ja. Dann weiß ich es mal wieder. Oh, die Zwei sind im Knast. Die Zwei sind im Knast und leiden ihr Business trotzdem. Oh, weißt du, und ich mit meinen 130 Öcken hüpft draußen rum, Digga. Der kleine Sparer wieder. Der kleine Sparer. Der kleine Sparer, Digga. Tja, das wäre wirklich Gerechtigkeit, wenn jetzt eine 12 kommt. Echt für was? Dafür, dass ich hier abgezogen werde. Oh, okay. Alright. Du tust mir das so leid, Basti. Oh, Basti, du Armer. Basti, du hast wirklich richtig kassiert, das Game. Würde ich gerne umarmen, Digga. Für die ersten 10 Minuten die beste Straße bekommen und dann gefarmt. Und dann Toni ausgenommen wie so ein, weiß ich nicht, so eine Forelle, Alter. Und dann... Ja, so ein Huhn oder so. Okay, ich sag nichts mehr. Oh, ein Pasch. Vielleicht jetzt eine Zwei. Oh, ah, das... Zweiter. Zweiter, siehste? Ja. 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 Ich war erster schon. Aber irgendwie, ich habe kein Geld bekommen, weiß ich nicht. Komm, rüber über den Drecksscheiß da hinten. Oh. Ich bin halt drüber gefahren. Boah. Oh, smart. Ja, ganz ehrlich, das ist halt wirklich ein Tod auf Rad, die über sich macht. Oh. Oh. Ei, ei, ei. In Pasch und du bist im Knast. Er ist auf pink. Das war's. Gar nicht ganz, ne. Ach, 500 möchtest du haben. Bitter, Digga. Also das Ding ist halt das. Ich kann das jetzt mit einer Hypothek noch hinkriegen. Aber ich kann das auch einfach Bankrott machen, Freunde. Weil das macht ja keinen Sinn mehr hier jetzt. Ja, es ist GG. Es ist ein GG. Für mich. Bei den anderen beiden natürlich nicht. GG. GG. Nice try. Boah, come on, Anthony has stacked. Anthony is completely stacked. Tony is stacked. In meinem Start nicht letzter geworden, war auch wild. Anthony, let's go, come on. Du hast einen Twig-Chooser von Basti und dann Bomben. Boah, das ist ja auch Pay, dass die Hypotheken hier behalten muss. Kostet auch noch mal Geld. Tja, Orange wartet. Ja, leider bin ich hier noch im Knast, Basti. Ich hab da ein bisschen Probleme gehabt. Und dann muss ich jetzt hier noch ein bisschen bleiben. Wie sie es gehört. Hm. Hm. Oh. Ui. Ja. Tja. So, die Würfel-Wahrscheinlichkeit ist ja für eine 8 und 9 am höchsten. Ja. Oh nein. Ja. Ja, also. Leider. Oh, ich muss raus. Du musst jetzt raus. Ich glaub ja. Du musst raus, ja. Ja, GG. Ja, GG. Boah, lecker Schmecker. Was macht dich? Kannst doch Häuser weglaufen. Aber Tony, hey, ist das ein nice Hotelzimmer. Basti, was ist das für ein Hotelzimmer? Kannst du uns das ein bisschen vorstellen? So toxic von Basti, so schlimm. Es sind vier Häuser, kein Hotel. Achso, sorry, Digga. Aber für den Preis ist es wild, Digga. Naja, kriegst du halt, ja, kannst alle mitnehmen. Eine nach den vier Häusern? Ist krass. Kannst du die so viermal in den Wecker stellen und dann immer so umziehen. Genau, Ries. So smart. Nice, Digga. Sorry. Lass mal auch im Urlaub einfach vier Airbnbs buchen. Und einfach alle vier Stunden in ein anderes gehen. Nee, jeden Tag. Aber jeden Tag in Airbnb. Okay, Antonias einzige Geldeinnahme ist jetzt die hellblauen, ne? Ja. Okay, Basti, du weißt, was zu tun ist? Ja, nichts mehr sagen. Nee, drauf drauf gehen. Ich meine, basically ist das Ding over, oder? Ja, das Ding ist absolut over. Weiß nicht. Aber vielleicht verliert noch Basti, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, aber wenn ich renovieren müsste, wird es immer teuer. Oh, Karma für euch. Easy win, Basti, so true. Ja, aber was ist das, Basti? Das ist doch irgendwie nur so 50 pro Haus, oder so. Ja, aber ich habe... Die wäre so 16, 20... Ja, ist halt 1000. Guck mal. Ja, das... Also guck mal so. Ja, okay, doch. Ja, maybe. Ja, so, das ist jetzt die letzte Chance. Mhm. Oh. Ja, ist sogar was. Ja. Oh, 60. Uh. Uh. Okay, Basti. Nicht unterschätzen. Nicht unterschätzen. Das ist gezittert. So, jetzt eine 6 oder eine 8. Das ist ja auch ganz nett. Tragische Straße hier. Ist entspannt. Sprechen Kärtchen. Okay. Mhm. Okay. Auch smart gewesen. Ne, keine Häuser. Boah, Basti, alter Krit. Boah. Ja. Ob sie getrittet? Kompletter Krit, Digga. Basti, das liegt selber an deinem Sternzeichen. Meinst du? Dass du so gut spielst. Was ist dein Sternzeichen? Du weißt das. Pst. Nein. Ich kenne mich mir ständig aus. Ich weiß, du hast noch am 5. August Geburtstag gehabt. Und ich weiß, dass du mein Geburtstag in dir nicht merken kannst. Du die letzten drei Jahre immer um einen Tag verfehlst. Oh, let's go. Der 23. Es ist der 24. Basti. Es ist immer noch der 24. Basti. Okay, sonst hab ich aber 26. gesagt. Nein, du hast sonst immer den 25. gesagt. Ne, 25 hab ich noch nie gesagt. 26, 24 oder 23. Irgendwas von denen immer. Nein, 24 hast du noch nie gesagt, weil das wär richtig. Ja, siehst du sag ich ja. Antonia? Ja? Game over? Nee. Oder? Einmal durch. Ohhhh. Insane. Insane. Mal gucken, vielleicht gibts nochmal. Aber ich will noch nicht zu lange in die Länge ziehen jetzt. Ich würd sagen, wir machen noch nen Unentschieden, oder Basti? Achso, ja, klar. Basti, ehrenlos, wenn du dich jetzt darauf nicht einlässt. Aber wirklich. Wir wollen jetzt auch den anderen nicht den Arm versauen. Nehmen wir hier noch so lange weiterspielen. Danke für die 100, Basti. Das ist natürlich sehr nett. Ich würd sagen, es ist so dieses Unentschieden. Ja, klar. Ich würd sagen, ich würd sagen, Reesmann hat gewonnen. Ja, ich würd auch sagen, Rees hat gewonnen. Gewinner der Herzen. Also, für mich ein Rees gewonnen. Was würdest du sagen, ist 3 gegen 2. Du kannst entscheiden. Wir können wirklich den Voten für gewinnt. Ja. Ich fühl mich kennst ja nicht. Ja. Ist das toxic, Alter. So, ab aufs Wehr. Wenn man nicht weiß, wer gewinnt, weißt du? Ja, Basti, machen wir Unentschieden? Dir? Ich glaube, das wäre jetzt ungünstig zu sagen. Ja, Unentschieden, Basti? Unentschieden? Auf Ehre? Ich glaub, 800 kriegst du aber noch zusammen, glaub ich. Aber... Nee, das ist... Ja, das ist GG. 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 Ja, danke. War ne tolle Runde auf jeden Fall. Ich denke mal, das war meine letzte Runde mit euch. Dann, dass ich nie wieder mitspielen darf. Ich hab meinen Spaß. Ja, Freunde. Fühlt sich auf jeden Fall an, wie ne Runde Monopoly, die ich gewonnen habe. Es fühlt sich ja super an. Ach ja. Scheiße. War ne gute Runde. Wir haben auf jeden Fall sehr gut, würde ich sagen, gewirtschaftet. Logischerweise war der Trade mit Reef auf jeden Fall wegweisend. Also, dass sie den dunkelblau-hellblauen Trade gemacht hat. Kann man ihr aber auch hoch anrechnen, weil sie das ganze Game sozusagen dadurch beschleunigt hat. Hätte sie es nicht gemacht, wären wir glaube ich noch mindestens eine Stunde länger am Start. Weil sie hat halt das forciert. Sie hat den ersten Schritt sozusagen auch gemacht, dass mal was getradet wird. Also sprich, dass was passiert. Also, dass überhaupt erstmal vollständige Straßen am Start sind. So, dass wir hier ein paar Jahre im Hintergrund was. Also, dass ich es lebe. So, ich werde das an.